Sprecher von 5 Sprecher von 5 Nein! Arthur, gib mir ne richtige Aussage. In welcher Gegend ist die? Gut, hör zu. Du gehst zu diesem Turm, wo man am Ende diesen Typen besiegt. Erinnerst du dich? Ja. Da ist dieser komische Schrei oder dieses Ding, wo wir immer Waffen draufgeschmissen haben. Ja. Da gehst du hin? Okay. Ganz hoch? Ja. Dann gehst du zweimal rechts. Okay. Und einmal links. Okay. Ja, danke. Bitte. Willst du dir einen neuen Tisch kaufen, Arthur? Nee, ich will schauen, wo meine Schule ist, man. Die ist neben dem IKEA. Ich hab keine Ahnung, wo die jetzt machen. Ich muss selber, wenn man hinfahren kann. Ja, stimmt. Ich hab echt gedacht, du willst vielleicht einen neuen Tisch kaufen. Bist du behindert? Alter! Jetzt ist der Held. Was? Der Tisch, wenn du da noch einmal drauf haust, krachst du einfach in der Mitte durch. Na und? Nee, der Held. Der ist hier wirklich am komplett auseinanderfallen, aber der Held. Ich kann da drauf hauen, wie ich will. Ich hab da mal meine Ex drauf gefickt, da soll der genauso aus. Der Held, verstehst du das? Okay. Menschen wie dich gibt es ganz... Du bist so schlubiler da oben. Ich hab mich echt aufgemacht. Mein Gott. Also die Main-Mission ist, dass ich einen Zwerg umgebracht habe mit einem dicken Hieb, Alter. Und dass ich jetzt aus der Mine abhauen muss. Du hast den Zwerg so gehauen, wie das eine Kind von deinem Video dieses... Wo du dann... Ja. Du hast den weggefetzt. Wollt ihr mich weiterblößen? Jaaaaaaah! Werfe Granate! Das hast du das gerade gesehen? Ja! Loi! Ist das von Vladav? Ja. Der ist gut, Alter. Oh. Der verschießt so geile Energiebälle. Was hab ich gewürfelt? Welche Zahl hab ich gewürfelt, Auto? Weißt du es noch? Scheiße! Halt. Halt. Das kommt noch mal. Das sind Elektro-Pfeil, nur dass du das wisst, ne? Mhm. Ich hab ne 19 gewürfelt! Oh mein Gott! Loi! Ist das von Vladav? Von weg gibt es im Internet hinterher alles, gell? Was? Von der Tante da gibt es im Internet hinterher. Christian, danach hat keiner gefragt. Ohne Witz im Industriegebiet, was will ich da machen? Ich hab hier nen McDonalds in der Nähe, aber da geh ich ganz sicher nicht essen. Volkswagen-Centrum, Koblenz. Sixth Auto-Vermietung. Hier ist... Ah! Hier ist glaub ich auch mal ein Sex-Shop. Haha! Da könnte ich zum Beispiel hin! Das wär interessant! Ja, da ist alles in der Nähe. Auch... Auch ein Sex-Spielzeug-Shop. Haha! Das langt schon, ich bin gleich wieder tot. Ah, ich hab kein Glück. Ah! Oh mein Gott! Hahaha! Doch hast du mich nicht völlig gestoppt. Ich habe ein Ersatzlamour auf meinem Schiff. Komplett mit einer losten Probe von Jack's DNA. Borox! Kein... Interessiert eure scheiß Existenz! Hahaha! Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Hahaha! Nein! Nein! Ich habe mein Gehirn! Meine Waffen! Und mein Schiff! Vielleicht hab ich eine Chance gegen... Hahaha! 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 Ah! 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 Hahaha! 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 Du verblutest so viel schneller und kommst überhaupt nicht weiter! Hahaha! Hahaha! Hahahaha! Hahahaha! Achso, das war der... das war die... Welt-Boss-Mission! Nein, ich hab viele andere an... keine Sorge, Alter! Nimm bloß nicht die an, die da draußen... du hast nicht... nicht im Ernst die... Hahahaha! 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 So ein Stück Scheiße, gell. Oh Gott, das ist das beste, Mann. Bandende. Ne, das ist nicht mehr lustig. Scheiße! Pretty strong am Arsch. Roller, schau dir den an. Nein! Bepiss dich! Nicht! Schau dir den an! Lel, äh, Arsch? Hm? Wenn ich hier fertig bin, dann ist es vielleicht Lust, Sermonox Big Game Hunt zu spielen. Ja, warum bist denn du da fertig? Äh, ja, eigentlich muss ich hier noch die paar Wellen spülen. Das dauert nicht mehr lange! Geht jetzt groß nicht durch! I'm going to be straight up with you, Alter, ich wichs gar. Ohne Witz. Ja, ich brauch noch ein bisschen Zeit. Ja, okay. Alter, f***! Nein! I'm going to lie! Hinterbar f***ing Country Roll! Inspeenst dir sohör, Oh, mein Gott! Inspeenst dir auf Toismayst Inspeenst dir数 Think Dieu Biscap train Ichanza Vous uj Sie can